In dem Informationsfeld werden die maschinenspezifischen Informationen angezeigt. Drückt man auf den rechten Button, werden die Infos über die Softwarestände angezeigt. Drückt man auf den linken Button, kommt man in das Zählermenü. Hier werden verschiedene Informationen dargestellt. Die gesamte gesäerte Fläche, die Zeit, in der die Maschine in Betrieb war, also die Zeit, in der das Terminal angeschaltet war, die Zeit in Arbeitsstellung und die Auswertung über die Flächenleistung pro Zeit. Über diesen Button kommt man in die Auftragsübersicht. Hier werden die verschiedenen Aufträge angezeigt. Klickt man auf den Auftragsnamen, werden die Auftragsinfos dargestellt. Mit Klick auf den Papierkorb werden die Daten gelöscht. Wenn man hier auf den Auftragsnamen klickt, kann dieser umbenannt werden. In der Auftragsübersicht kann mit dem Button links vom Auftragsnamen der Auftrag gestartet und gestoppt werden. Vielen Dank. Vielen Dank.